Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Waro mit mir, dem Zinni und mit dem Bettlaken-LP, meinem Teampartner. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach Essen und einer Unterkunft. Hier ist Essen. Da müssen doch noch mehr Schweine sein. Da ist noch eins. Da ist noch eins, genau. Ja, und damit auch, hi ihr Frühaufsteher. Ich muss mir das leider direkt schon reinhauen. Das ist okay. Wir hatten echt einen sehr schlechten Start, weil wir irgendwie in die falsche Richtung gelaufen sind, wo nur Wasser war. So, komm, wir laufen hier über den Berg. Warte. Da ist ein Creeper da hinten. Ja, ja, ja. Das ist hier unten, das leuchtet. Was ist denn hier so hell? Kann das sein, dass das ist, was ich in der letzten Folge gesehen habe. Ich nehme mal hier die Kohle mit. Okay, ich gucke mich gerade um in der Zeit. Wo bist du? Hier oben noch, wo du gerade runtergegangen bist. Schon ein bisschen sneaken. Da hinten ist eine Bergbank, sehe ich. Ja, mache ich doch. Die ganze Zeit. Was ist denn bei dir los? Ernsthaft? Oh Mann. Hast du? Was? Kohle. Ich bin noch beim Abkommen. Also ich würde sagen, wir lassen das jetzt mit der Kohle suche. Ja, aber hast du irgendwie Steine, dass wir uns mal so einen Ofen machen können? Gleich. Obwohl ich ungern jetzt gerade den Rücken zuwende. Ich sehe dich. Ich habe dich die ganze Zeit im Blick. So, ähm, ich baue gerade nur Ofen. Okay. Ah, mach schon. Der ist gerade einer verhungert. So, dann braten wir uns schnell das Essen. Hast du denn noch was? Ich habe hier drin. Wir gehen jetzt erstmal hier in den Berg. Was ist das da hinten? Wo? Da hinten ist irgendwas. Da steht ein Spieler. Echt? Ist das ein Spieler? Ja. Und der hat schon verzaubert. Ernsthaft? Ja. Oh, scheiße. Nee, das ist ein Zombie. Lass mich mal gucken. Doch, ja, das ist ein Zombie. Ja. Aber trotzdem hat er eine verzauberte Rüstung. Ja, lass mal hingehen. Nein. Ey. Oh. Der macht uns weg. Wir haben gar nichts. Also, ich gehe da nicht hin. Okay. Und das Hotel, das ist toll. Ja. Wir gehen jetzt weiter. Hier runter. Okay. Ich muss auch schnell noch so essen. Hast du was zu essen? Hast du was zu essen? Nein, du? Oh, das läuft einfach echt so. Skelett, Skelett, Skelett. Mega schlecht. Ja. Aber wir haben schon mal Pfeile. Oh Mann. Nicht zu essen, aber wir haben Pfeile. Eine Kuh, eine Kuh, eine Kuh. Da oben sind noch Schafe. Schafe? Nun? Das sieht dann so aus, als wären hier keine Spieler. Weil die hätten sich das ja auch alles gesnackt. Siehst du mich noch? Ich seh dich. Ja, du bist da hochgegangen. Komm, wir gehen weiter hier über den Berg drüber. Hotel, lass uns mal nach links gucken. Oh, da unten. Scheiße, ist das steil. Ist das hier ein Scheiß? Ich könnte mich aufregen gerade. Nicht nur du. Mein Unzhaft, beim letzten Mal lief es besser. Siehst du, wo ich runtergegangen bin? Da. Aber ich versuche mir gerade so einen Überblick zu verschaffen. Noch. Ich bin hinter dir. Okay. Wir kommen hier schon runter. Was wir alleine nicht schaffen, da schupp ich dich dann runter. Oh Mann. Wolltest du nicht singen heute? Nein, heute nicht. Ich bin gerade super nervös. Nicht nur du, aber da. So, dazu ich mir das schaff, da. Komm her. Du trägst auch. Okay, hier unten ist Gold. Aber ich würde sagen, das ist noch nicht so wichtig. Interessiert uns Gold. Wir brauchen erstmal Eisen. Bist du auch schon unten? Wo unten? Ach, ja, da bist du. Oh, was war das? Ein Enderman. Nicht angucken. Enderman war da gerade. Wo? Ist okay. Warte, warte, warte. Ja, jetzt habe ich zwei Hühnchen. Du bist hier lang gelaufen, glaube ich. Hier sind auch Schafe nochmal. So, jetzt langsam geht es uns ganz gut. Ja, du bist so langsamer. Ja, und dann suchen wir uns jetzt gleich irgendwas, wo wir uns eingraben können. Ich bin jetzt auch scharfer, allerdings sehe ich dich nicht. Hier. Ich bin einfach weiter durch den Wald gelaufen. Ja, ich bin hier ja noch mitten in dem Wald. Okay. Ich bin so ein Hügel hochgelaufen. Ich höre hier noch die ganzen Schafe töten, warte. Hier sind auch Schafe, die sind im Baum gebackt. Die hole ich mir auch. Okay. Oh, Junge, wir schaffen es doch nicht wirklich immer wieder, oder? Dass wir uns ver- Ähm, beziehungsweise verlieren. Scheinbar schon. Ich habe dich gesehen, glaube ich. Nee, doch nicht. Was für ein Hügel bist du hochgelaufen? Bist du noch mitten im Wald? Ja. Okay. Ich habe übrigens zwölfmal. Ich habe dich gesehen, ja. Ja, ich sehe dich auch. Ich habe übrigens zwölfmal Hammelfleisch. Okay, ich habe 13. Ich würde sagen, das ist schon mal ganz gut. Nicht so gut wie letztes Mal im Jahr. Oh, hier ist eine große Wiese. Warte, warte. Oh, 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 das hier ist gut. Hier sind Pilze. Die müssen wir mitnehmen. Das waren übrigens die Pilze, die wir noch für die Pilze gebraucht haben. Okay. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen. Hölf Minuten. Ähm. Ja, Dreckshasen. Ist jetzt egal. Warte, hier sind noch Kühe. Wo bist du? Ich habe dich gerade noch gesehen. Auf der großen Wiese. Oh, hier ist schon... Hier sind Spieler gestorben. Okay, warte. Ich habe ein ganzes Inventar eingesammelt von denen. Einshaft und? Hatten die was Gutes? Ich glaube, ja. Echt? Also, nein, die hatten Grundlagen halt. Aber halt was zu... Ah, ich sehe dich. Ich habe ein Steinschwert. Warum sind die denn gestorben? Sind die gekillt worden? Da ist noch was zu essen. So, äh, wir suchen uns jetzt hier was, wo wir rein können. Ich habe echt... Ja, ich habe jetzt... Ich habe jetzt schon mal ein bisschen Steinwerk gekürzt. Ich auch. Also, so gut waren sie jetzt nicht, ich will, aber... Ja. Komm, wir gehen hier rein, wo die cool ist. Genau. Sneaken. Und, äh, wir machen das, wie wir es letzt... In der Testversion gemacht haben. In der Testaufnahme. Wir brennen Stein und machen hinter uns zu. Äh, warte, wir haben Probleme. Was? Ja. Hast du Hals? Ja. Aber ich nämlich nicht. Ich gucke gerade, ich gucke gleich wie viel. Komm gerade rein, komm gerade rein. Wir können auch nochmal gleich raus dazu machen. Neberwegen, Fackeln und so, weißt du ja. Ja, ja. Ich habe 64... Ich habe mehr als genug Holz. Mehr als genug. Ähm. Hier hast du mal Stein. Ich mache eine Werkbank hier hin. Wir haben sogar zwei Werkbänke. So. Ein Ofen. Machen wir noch einen Ofen. Machen wir noch einen dritten Ofen, würde ich sagen. Machen wir gerade einen. Mit Holz. Was bretzt du jetzt unten? Machen wir zweimal Holz. Äh, ne, ne. Wir machen das mit dem gebrannten Stein. Mach hier raus. Und, äh, da gebrannten Stein rein. Äh, da Stein rein. Und, äh, da Stein. Oh. Was? Sati. Hm? Sati. Was hast du gesagt? Sati. Sati? Ist gestorben. Hm. Wurde von einem Skelett erschossen. Oh, nein. Bitte. So. Okay. Jetzt sind wir erstmal, also, weiter sneaken. Hm. Ich esse mal was. Okay. Jetzt sind wir erstmal ein bisschen safer. Da ist mal was. Es ist ein Anfang. Oh, Mann. Also, wie gesagt, Holz haben wir mehr als genug. Ich hab von jetzt an jeder auch viel eingesammelt. Wir haben jetzt nur noch zweieinhalb Minuten. Kohle haben wir auch mehr als genug. Ich hab auch noch 28. Essen haben wir auch. Haben wir auch wahrscheinlich von den anderen noch ein bisschen was eingesammelt. Weiß ich nicht. Hast du jetzt noch was mit, äh, in den Ofen gepackt? Also, ich hab noch 13, 5, 48. Ey, ich hab so viel Essen. Und dann packst du das nicht in den Ofen rein? In den Ofen rein. So. Ja, bau du mal weiter ab. Ich mach uns, äh, mal noch. Mach uns mal fackeln. Warum haben die sich eine Axt gemacht? Ich mach ne Steinspitzhacken noch. Äh, ein Steinschwerter. Hab ich. Hast du schon alles? Na, äh, durch. Ach so. Ne, da lag noch was rum. Okay. Hm. Hä? Ach, das ist kein Stein. Diese scheiß, ähm, Texture Pack. So. Fackeln. Juhu. Juhu. Okay, die Öfen sind aus. Ähm. Ach. Ja, genau. Da ist noch Stein drauf. Okay. Hm. Oh, ich hab so dermaßen Angst. Ich auch. Und ich würde gerne wieder sneaken. Ich hab jetzt mal die Samen mitgeschmissen. Die können wir mal schnell wieder... Nimm mal die Öfen. Gut, ne, brauchst du jetzt eigentlich nicht. Ich mach mal mit unten rein. Komm mal gleich höher rein. Mach mal auch. Mach mal auch. Genau, 25 Sekunden. Echt? Hm. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Komm, wir gehen hier runter. Gerade. Hm? Komm, wir gehen hier runter. Und wir müssen mehr sneaken. Ich sneake eigentlich, äh, ganze Zeit. Okay. Dann müssen wir jetzt... Ach, wir gehen eigentlich gekickt. Boah, ernsthaft? Okay, aber wir gehen trotzdem raus. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, bis zum nächsten Mal dann.